Yo, 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 Kids! Willkommen zurück zu einer neuen Runde Overwatch. Diesmal mit einem echten Experten, die Legende persönlich, Quantissimo. Ja, hallo, dankeschön. Du bist richtig gut in Overwatch, oder? Ja, das ist meine zweite Runde jetzt. Nice! Und du hast es verstanden, dieses extrem komplizierte Spiel? Ja, solange es nicht zu bunt wird, könnte ich was verstehen. Ja? Weißt du, dieses Spiel ist halt so ein bisschen kinderfreundlich. Also du meinst, für Noobs wie mich? Ja, für Noobs wie dich. Man kommt extrem gut rein. Jetzt kann man sich was anhören. Aber wie gesagt, das ist meine zweite Runde, okay? Nein, du bist extrem gut. Du bist extrem gut. Du spielst auch einen richtig guten Charakter. Soldier! Der ist extrem gut. Ich finde den richtig gut. Wahrscheinlich ist jeder extrem gut, wenn man umgehen kann. Wahrscheinlich ja, aber der ist eigentlich schon extrem tümmerlich. Ja, ich sehe gut aus, oder? Legendär. Ich bin der legendäre Tod. Du siehst gut aus. Dafür muss man ganz viel Geld ausgeben. Wie schwebt denn hier um? Alles klar, ich habe ihn, obwohl ich ihn kaum beschädigt habe. Der hat ein komisches Schild. Ich brauche Heilung! Wow! Wir müssen verteidigen. Nicht stürmen quasi, ne? Nicht stürmen, verteidigen. Okay, okay. Das wird nicht schwer, aber... Ey, du kannst dich selbst hochheilen. Du bist eh total overpowered. Ach, der macht immer sein Schild! Klar! Echte Männer spielen ohne Schild! Glaub ich. Reinhard ist Schildhardt. Ich schieße mal drauf. Ich habe ihn weggeholt. Ihr gegnerischer Reaper down. Was ist denn hier los? Der Affe! Oh, ich habe einen! Nice! Ich bin ein Held! Ich würde sagen, jetzt kommen regelmäßig Overwatch-Folgen bei Quantum. Ab jetzt geht's los! Neues Lieblingsspiel gefunden. Tipps und Tricks bei mir! Du machst richtig geile Guides, oder? Aber was mich freut, ist, dass es einwandfrei läuft und so. Ja, klar, Blizzard. Blizzard macht irgendwie immer Spiele, die auf jeder Hardware laufen. Und es sieht auch ganz gut aus, finde ich. Stimmig halt. Zeitlos. Das sieht noch in fünf Jahren gut aus. Das mag ich an den Spielen. Kommt, Alter, kommt einer! War doch irgendwo hier noch Winston! Okay, verteidigen. Wir müssen mal verteidigen. Ich habe alles in der Treue. Wir müssen mal verteidigen. Ey, wir räumen die gerade so weg. Ja, gar keine Chance gegen uns. Achtung, der Affe kommt. Kann ich irgendwas gegen das Schild tun? Gibt es Tricks oder so? Ne. Oder gar nichts einfach. Du kannst schon draufschießen. Das geht auch kaputt, aber es dauert eben sehr, sehr lange. Ja. Holy shit, der macht mich gerade rund. Egal, hier. Zack, down. Achtung! Oh, da hinten ist ein Sniper. Okay, ich bleib genau hier drin. Au, 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 au. Mir tut alles weh. Mein Ulti ist ready. Ah, ja, stimmt. Ich habe ja auch einen Ulti. Sehr schön. Affe, 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 Affe. Oh nein, der macht seinen Ulti. Er macht seinen Ulti. Fuck. Oh, verflucht. Boah, verflucht. Wo ist er? Ich bin noch am Leben. Achtung, Reifen. Reifen down. Alles gut. Alles cool. Alles cool. Wow, wow, wow. Ich bin so angeschlagen. Okay, der Große ist down. Der Große ist down. Ja, aber hier rennt noch ein Kleiner rum. Okay, jetzt machen sie Druck. Jetzt kommen sie durch. Der Reaper hat eine richtig geile passive Fähigkeit. Und zwar, wenn ich jemanden töte, dann bleiben so Seelenkugeln liegen und die heilen mich. Aha. Deswegen Reaper, die finstere Ernte. Geil. Ich ernte die Seele deiner Mutter. Wow, der hat mich krach. Jaja, sei vorsichtig. Der Sniper ist richtig mies. Wo siehst du denn Strahlen hier in der Mitte? Ist das ein Heilungsding? Okay. Oh, shit. Achtung, die haben Rüstung. Der bruttet mich voll weg. Wow, 10 HP. Oh mein Gott, ich hatte keine Chance. Es kann weitergehen. Nice. Alter, hatte ich eben gerade richtig Glück. Drauf gehen, drauf gehen. Die nehmen einen. Ich bin, den muss hinlaufen. Egal, egal. Ulti, 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 Ulti. Shit. Double Kill. Komm schon, den Affen noch. No. Yes. Alter, das war eine Aktion. Ein Biest. Ein richtiges Biest. Mit der Ulti reingesäbelt. Gib's zu. Dein Schlüpfer ist gerade ganz schön nass, oder? Ja. Ich muss ihn ausbringen. Ich weiß. Ich zeig dir meine Overwatch-Skills. Was geparkt. The fuck? Lebst du noch? Ja. Okay. Gern geschehen. Dankeschön. Das gewinnen wir. Oh, fuck. Ich hatte hier nicht reingesäbelt. Das gewinnen wir. Oh, shit. Ulti. Achtung. Wütender Affe. Ich vergesse dauernd auch meinen Ulti. Ich bin tot. 13er Killstreak. Na, hier hatte ich keine Chance. Fuck. Wo sind sie denn jetzt? Jetzt hatte ich den Ulti, aber hier war niemand. Wir haben eine Verlängerung, aber wir gewinnen jetzt. Oh, okay. Perfect. Ja, für die erste Runde war schon ganz nett. War schon ganz nett. Ich glaube, dein Ulti soll dich aufbewahren irgendwie, oder? Also, ich persönlich würde dir raten, bei dem Ulti... Ich bin kein Highlight. Schade. Bei dem Ulti es dann zu nutzen, wann immer du kannst. Weil du füllst dein Ulti relativ schnell auf. Dein Ulti füllt sich auf, indem du auf Spieler schießt. Und Schaden machst. Und das geht eigentlich relativ schnell. Deswegen würde ich es immer verwenden. Tod ist tot. Wo bin ich hier? Warum sieht man mich nicht? Beim nächsten Mal. Okay, ich wot für dich. Oh, ist aber lieb. Ich habe zwei Stimmen. Meine eigene und deine. Mein Ego ist gerettet. Hey, aber ich habe zehn Eliminierungen, Baby. Zehn Stück, nicht schlecht. Also, für die erste Runde auf jeden Fall gut. Aber irgendwie ist der Soldier ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht. Nee, er ist halt so der Standard-Shooter-Charakter. Mhm. Ich muss mal die anderen ausprobieren. Im Laufe der Zeit. Ja, ja. Aber jetzt gibt es erstmal ein Rematch. In Dorado. Mexico. Ach, Tequila. Salma Hayek. Oh ja, besonders Salma Hayek. Oh Gott. Ich habe das vorstellende Killer zwischen ihr. Ja, kann ich. Ja, ich stelle es mir auf. Zieh mir auf. Ja, jeden Abend, wenn ich alleine bin, traurig unter der Dusche, dann gehe ich in meine kleine mexikanische Welt und mache schöne Dinge mit Salma Hayek. Widowmaker ist der Snipper, oder? Widowmaker ist Sniper, ja. Ist das gut auf der Map? Kommt das auf die Map drauf an, vielleicht? Hm, nö, eigentlich nicht, finde ich. Ich meine, es ist ja so basiert, dass du eigentlich von jeder Rubrik einen haben solltest. Einen Tank, einen defensiven, einen offensiven und einen Unterstützer. Ich weiß gar nicht, was die macht jetzt. Und die Sniper, die steht halt hinten. Die ist halt defensiv. Okay. Und wir müssen diesmal angreifen. Wir haben hier drüben so ein Fahrzeug, das müssen wir begleiten. Ich hab so einen Haken. Damit kannst du zum Beispiel jetzt hier oben aufs Dach... ...und so aus, als müssten wir zusammenarbeiten. Ach, sie hat einen Vorteil. Und so, sie ist hier ein Akzent. Ja, sie ist extrem heiß. Hast du mal ihren Arsch gesehen? Bleib mal stehen. Nee. Ich kann mich selber nicht ansehen. Wahnsinn. Echt, hab ich den geilen Arsch? Ey, mega gut. Wirklich? Der Hammer. Gibt's Wallpaper davon? Ja, und Pornos. Wirklich? Ja, es gibt wirklich Pornos. Aber Blizzard ist total dagegen. Okay, weiß ich ja, was ich nach dem Match... Unbedingt die Pornos googeln. Au! Ich krieg schon direkt auf die Mütze. Ja, du musst ganz, ganz weit hinten bleiben. Was ist E? Ich hab... Oh Gott, ich hab E gedrückt. Das war nicht heilen. Ich war beim Soldier. Boah, Geschütze, alles. Wow. Ja, die geben uns gut. Lassen wir hier drüben hin. Wieder fresh. 100% Leistung. So ein Freikling. Alter! Der hat ja gar keine Lebensenergie mehr. Ich bin einfach weggehittet. Fuck! Nice. Okay, wir können pushen. Ah, hier drüben ist noch ein Geschütz. Boah, das war so dumm. Das war so dumm von mir. Aber egal, weg ist weg. Die Geschütze nerven extrem. Okay, wir müssen uns... Achso, begleiten. Okay. Ich find das Design von Reaper... Auch so die Stimme, der Charakter, alles. Mega gelungen. Hint uns! Oh, fuck! Oh, schon wieder der Affe. Affe tot. Affe tot. Wir haben keinen Heiler bei uns, oder? Ich glaub nicht, nein. Braucht man aber auch nicht unbedingt. Das war ein extremer Vorteil. Oh nein, zweimal Sniper. Okay, das ist ein extremer Nachteil. Wir haben zwei Sniper? Nein, wir. Vielleicht wechsle ich auf Soldier. Kann ich während dem immer wechseln? Ja, du kannst immer wechseln. Okay. Boah, verdammt, da stehen sie alle. Mit Q kannst du alle Gegner durch Wände sehen. Oh, ich bin... Down. Bin gleich down. Okay. Okay, ich snip... Okay, warte, ich wechsle auf den Soldier. Ja, wir brauchen guten Pusher. Oder nimm den Tank. Oh, hätte ich auch nehmen können. Okay. Okay, Konzentration. Wir sind Siegertypen. Sind wir das wirklich? Ja, sind wir. Der Reifen, du, ich bin doch gerade erst gespawnt. Ja, der Reifen, den kannst du da abschießen. Ja. Der weiß ja, die Reifen. Ja, baller den Reifen. Komm schon. What? Ey, diese Geschütze. Ach nee. Ah, Bastion. Bastion. Ah, fuck, ich hab mich verklickt. Wir müssen pushen. Genau, der steht wieder genau da, wo er stehen soll. Boah, der Affe dreht wieder durch. Okay. Mit dem Soldier habe ich wenigstens eine Elimination. Ey, ich hasse das im G. Okay, jetzt schieb, 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 schieb. Ey, mich hat... Ich wurde abgesnippert. Ne, das war ein Revolver. Hochschieben, hochschieben. Oh, 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 oh. Ich hab mich beinahe gekillt. Das war der OP Westernheld. Das geht so. Nicht schlecht, aber... Kann man machen. Warte, fuck. Ah, das ist ein eigener. Ah, der Snipper. Bam, bam, bam. Komm, hol den. Hol den, hol den, hol den. Ah, nein, 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 nein. Er stunt mich. Wir müssen pushen. Der Snipper macht mich rund. Egal, unser Reinhardt, der zieht gerade durch. Ah, Checkpoint. Na also. Sieg, es geht eh nur um den Sieg. Vergiss Kills, vergiss sterben. Am Ende, wenn du Sieger bist. Also wir haben die... Achso, diese Zeit. Diese vier Minuten haben wir Zeit bis zum nächsten Checkpoint. Genau, genau. Achso, okay, okay. Wir müssen halt durchpushen jetzt. Alright, alright, alright. Das geht auch... Bewegt sich schneller, wenn wir alle daneben sind? Äh, ja klar. Je mehr, umso besser. Nein, keine Munition. Nice, 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 nice. Ich schiebe hier. Ich schiebe. Nice, nice, nice. Ich bin der Spezialist im Schieben. Alright, jetzt läuft's. Wir haben so gut wie alle gekillt. Salma. Ich schiebe es. Nein. Stell dir vor, auf dem Laster sitzt Salma Hayek. Ah ja. Nur im Tanga. Und man muss schieben. Man muss schieben. Man muss ihn reinschieben. Um zu gewinnen. Oh Gott, das gibt Motivation. Aber eigentlich bin ich dann gleich fertig, weißt du? Du verstehst, was ich meine. Nein, nein, nein. Du hältst durch. Du bist ein Champ. Ich habe irgendwas eliminiert. Alter, was läuft hier? Doublekill. Ich schiebe. Nice. Hinter uns ist der große Idiot. Oh nein, nein, nein. Er macht wieder sein Ulti. Das ist so mies. Sein Ulti stinkt so ab. Warum schon? Er hat gar nichts mehr. Fuck. Meinten wir sehen? Ich schüttze oder sowas? Egal, egal, egal. Wir sind durch. Wir sind durch. Noch ein bisschen schieben. Noch ein kleines bisschen. Wir sagen mal. Reifen, 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 Reifen. Oh, ich bin explodiert. Oh, High Noon. Er macht den High Noon Shit. Yes. Oh, ja. Boom. Immer da drin zu laufen. Tod von hinten, Bruder. Ich schieb's. Haha. Schon erledigt. Achtung, da hinten ist ein Sniper. Der kann dich one-hitten. Ich habe auch versucht, one-to-hit-mehr nicht zu finden. Du kannst sie schon ganz gut wegholen mit deinen Raketen. Oh, was soll ich sagen? Wo kommt diese Energy in hier? Ich höre den Robo. Okay, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, dass... Sniper die sind. Bam. Perfekt. Ausgedrext. Ja, das wird noch. Fracht plus zwei. Die haben keine Chance insgesamt gesehen. Also, in drei Tagen bist du Overwatch-Profi. No, 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 no. Bin hier, bin hier, bin hier. Aber ich bin fast tot. Ich habe gar nichts mehr. Vorsicht, da sind zwei. Ja, ja. Junkrat, Vorsicht. Der kann gut draufhauen. Ein Schadenspunkt. Nice. Nein, er hat mich gestunnt. Oh, ich hasse diesen Cowboy. Oh, shit. Verdammter Track. Ich habe gerade mein Ulti gemacht und er stummt mich. Oh, ficken. Ficken. Was ist ficken, der fuck? Oh, ficken. Oh. Wir sind so kurz davor. Wir sind so kurz davor. Die bewegt sich nicht. Die Gegner können die Fracht auch wieder zurückschieben. Oh, da waren jetzt zu viele. Ich war allein. Shit. Achso, sie können zur... Ah, zurückschieben? Das geht auch. Ja, klar. Was nach vorne geht, geht auch nach hinten. Niemand schiebt. Bam, 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 bam. Da geht noch was. Oh, 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 oh. Nice. Zwei Minuten. Die Stunde hat geschlagen. I'm on the my way. Oh, yes. Richtig heiß. Deja vu und Sieg. Nein. Ey, der Revolverheld, der hasst mich. Der Typ hasst mich richtig. Doppelsieg in Overwatch. Irgendwo am Rande, irgendwo am Rande, standst du mit dabei. Hallo, 15. Weißt du, was bitter ist? Wenn du das Highlight bist, aber derjenige, der stirbt. Du hast geschlagen. Oh, Quantum, du bist dabei. Ja. Gleiches Zufall. Komm schon, jetzt hier. 27. Ey, ich bin aber auch hier auf dem Kartendeck. Ja, aber trotzdem. 27. Das ist ein guter Mann. Ein guter Mann, diese Quantum. Nicht diesen Typen hier. Nicht diesen Typen hier. Und bekomme ich wenigstens hier eine Gold. Na, also zwei Gold. Was macht man mit dem Gold? Du bekommst EP. Pro Medaille bekommst du halt wieder EP dazu. Gut, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Quantums erste Runde. Und er ist der Beste. Muss man einfach sagen. Er ist einfach der Beste. Legenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Bewertungen nicht vergessen. Auch bei Quantum. Wäre nett. Und... Tschüss.